Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns, wo das Fußballspiel an. So wie es ausgeht, schon mal sehr knapp aufgespielt. So wie es Zuschauer einschränkt. Das ist das nächste Video. So, wenn ihr das Video dran habt, könnt ihr auch nach oben. Ihr könnt gerne mal in die Kamera probieren. Ihr könnt gerne mal in die Kamera einsteigen. Bis bald. Kommentar! Das ist der Schalke. 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 Unter drei Vorrechse beim ersten Blick in den Kassassautern. Ihr werdet am Kinsmann von Käpt'n mit der Sieben. Möller Minuten? Sieben! Der Unter2-Fahrer-Kursschüsse mit der neuen Ragnar. Ragnar! Und mit der 29 bei Ulchmund. Ragnar! Begrüßt euch beim Spiel. Wünsche Ihnen ganz viel Glück. Unsere Sitze, Aaron. Ragnar! Mit der 24 Chance. Ragnar! Mit der 25 Chance. Ragnar! 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 Watten Sie? Ragnar! 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 Das war's für heute.